Deutschlandfunk Sternzeit 5. September. Der Planetenunfug im hundertjährigen Kalender. Im 17. Jahrhundert entwickelte ein Abt den Calendarium Economicum Perpetuum Practicum, den dauerhaften Wirtschaftskalender. Diese vermeintliche Wetterprognose sollte die landwirtschaftlichen Erträge steigern. Mauritius Knauer, der das Kloster Langenheim in Oberfranken leitete, schrieb den sieben Himmelskörpern, die sich vor dem Hintergrund der Sterne bewegen, eine prägende meteorologische Rolle zu. Für die Kirche zählten damals neben Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn auch Sonne und Mond zu den Planeten. Diese sieben Körper, meinte der Abt, prägen der Reihe nach das Wetter von einem Frühlingsanfang bis zum nächsten. Demnach genügt es, sieben Jahre lang das Wetter aufzuzeichnen, dann sollte sich dieser Sieben-Jahres-Zyklus immer wiederholen. Schon damals hielten viele das für Unsinn. Auch der Hinweis des Abts, dass besondere Himmelsereignisse wie Finsternisse oder Kometenerscheinungen das Wetter zusätzlich beeinflussen, machte es nicht besser. Bis heute erscheint der Siebenjährige unter dem falschen Namen 100-jähriger Kalender. Sollte in den kommenden Tagen schönes Wetter herrschen, so liegt das garantiert nicht, wie behauptet am Planeten Mars. Denn Mond und Planeten haben keinen Einfluss auf unser Wettergeschehen. Wohl aber die Sonne, die mit ihrer Strahlung die Wettermaschine in der Atmosphäre antreibt. Aber auch bei ihr wiederholt sich nichts regelmäßig. Wie sehr die Sonne die Erde aufheizt, hängt vom Kohlendioxid-Gehalt der Lufthülle ab. Und der ist heute viel höher als vor 100 Jahren. Untertitelung des ZDF, 2020